WICAM hat auf dem Markt die automatisierteste Lösung im Bereich der Blechfertigung mit den Technologien, Stanzen, Lasern, alle Schneidbereiche wie Autogen schneiden, Plasma schneiden, Wasserstrahl schneiden und man braucht nicht kleine Insellösungen. Also das sind die Kernstärken von WICAM. 3D importieren, abwickeln, biegen, Stanzen, Lasern, Schachteln, Rückmeldung ans ERP-System, alles in einer Oberfläche. Also der Maschinenbau wird sich die nächsten Jahre massiv verändern. Wir sehen es jetzt schon, dass der Baustein Software immer wichtiger wird für unsere Kunden, nachgelagert zu der Frage, welche Hardware benutze ich denn? Früher war es sehr wichtig, welche Maschine ich denn letztendlich kaufe für meine Produktion. Die Zukunft wird eine andere sein. Die Zukunft wird dementsprechend so aussehen, dass der Kunde nur noch sagt, ich habe die und die Software und die Maschine wird nachgelagert, nur noch als Produktionsmittel wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit WICAM entstand aus einer Wettbewerbssituation. Wir hatten beide Softwareprodukte für den gleichen Markt. Was WICAM anders gemacht hat, war die Fokussierung auf CAD und ERP-Anbindung und die Power, die dadurch entstanden ist, gerade auch in den letzten Jahren, die ist genau das, was die Industrie heute für effizientes Produzieren braucht. Die Kunden wollen alle Industrie 4.0, d.h. eine Vernetzung aller Systeme. ERP-System übergibt uns Aufträge zur Kalkulation vom Webshop, d.h. Automatisierung der Stanzlaseranlagen, Wasserstrahlanlagen und am besten ein Einzelteil für alle Maschinen. Das heißt, ein System für alle Hersteller.